Herzlich Willkommen zum täglichen Videostrategie des Frankfurter Börsenbriefs, heute am Montag, den 5. November. Wir gehen in eine sehr turbulente Woche, das kann ich Ihnen jetzt schon mal versprechen. Morgen ist ja US-Wahl und das wird an den Märkten zu einigen Turbulenzen führen. Einfach deswegen, weil es natürlich die Anhänger des jeweiligen Lagers der Demokraten und der Republikaner ärgern oder freuen wird, wie die Wahl ausgeht und dann heißt es auf die Kauftaste, auf die Verkaufstaste drücken und das ist eher ein emotionaler Markt als tatsächlich einer von rationalen Beweggründen getriebener Markt. Denn letztendlich gibt es natürlich Statistiken, wie das bei den einzelnen US-Präsidenten abgeschnitten hat, die Börse und die kann jeder für seine Zwecke immer auslegen, wie er möchte. Allerdings auf die Dauer ist es natürlich in einer globalen Welt eigentlich letztlich total egal, wer irgendwo regiert und so groß sind die Unterschiede zwischen den Demokraten und den Republikanern ja ohnehin nicht. Zumal, und diese Prognose ist glaube ich nicht besonders gewagt, wird es in den USA auf eine Paz-Situation hinauslaufen. Das heißt, Obama wird sehr wahrscheinlich diese Wahl gewinnen, aber das Repräsentantenhaus und der Senat gehen vermutlich an die Republikaner, sodass sich beide dann blockieren. Das ist natürlich insbesondere vor dem Hintergrund des Fiscal Cliff, also der Sparmaßnahmen und der Steuererhöhung, die sich möglicherweise im Jahr 2013 automatisch anbahnen werden. Ein problematisches Szenario. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, haben die USA auch dringend Sparmaßnahmen nötig, haben auch dringend Steuererhöhungen nötig, um ihren Haushalt wieder zu konsolidieren, der ja inzwischen so hoch verschuldet ist wie die eigene Wirtschaftsleistung. Und insofern wäre es vielleicht aus wirtschaftspolitischen Gründen gar nicht so schlecht, wenn man dieses Fiscal Cliff hinunterstürzen würde. Für die Börse wäre es natürlich absolut verheerend, gar keine Frage. Das würde nochmal einige Prozente kosten im zweistelligen Bereich sogar. Aber das muss man erstmal abwarten. Und bisher haben sich Republikaner und Demokraten da immer geeinigt, aber das wird wahrscheinlich noch zäher werden als vor 14 Monaten. Vor diesem Hintergrund sehen wir auch den deutschen Markt heute etwas turbulenter. Es ging bis runter auf in Richtung 7300, hat sich dann wieder etwas erholt. Ich glaube, dass wir noch bis morgen mit niedrigen Umsätzen rechnen müssen und deswegen mute ich Ihnen hier auch keine Kursprognose zu, wie das bis morgen dann weitergehen wird. Schauen wir lieber auf einige Einzelpapiere. Fuchs Petroluck sind wir ja deutlich investiert in der Aktion, den Derivaten. Und die haben ihre Prognose bestätigt. Die Aktie heute auch wieder 2% im Plus. Macht einen sehr freundlichen Eindruck. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Aufwärtstrend erst einmal weiter fortsetzen wird. Besonders im Fokus sind heute die Luftfahrtunternehmen Ryanair plus 7%. Man hat die Jahresprognose angehoben. Bis Ende März will man einen Jahresüberschuss von 490 bis 520 Millionen Euro erzielen. Das ist in etwa auf der Höhe des Vorjahres, aber 20% mehr als man bisher geschätzt hat. Sie sehen es hier am Chart. Die Aktie ist relativ kräftig im Plus. In der letzten Woche hat auch schon die Lufthansa sehr deutlich zugelegt nach einem kleinen Lichtblick. Das liegt einfach daran, weil die Branche insgesamt die Anleger in den vergangenen Jahren sehr viel Nerven gekostet hat. Zum Teil selbst verursacht, zum Teil natürlich auch durch externe Faktoren wie Streiks oder Vulkanausbrüche oder dem schwankenden Ölpreis. Und hier sind wir auch bei der Ursache, warum es im Moment so positiv aussieht. Der Ölpreis ist ein gutes Stück zurückgekommen. Das Licht hat mehrere Gründe. Wir haben im Moment eine deutliche Überproduktion, die nicht im Gleichschritt nach oben läuft wie die Nachfrage und insofern ist auch für die nächsten Wochen und Monaten mit einem Ölpreisverfall zu rechnen. Wir haben diesbezüglich ja schon entsprechende Spekulationen am Start. Der zweite, sehr kurzfristige Grund ist natürlich der steigende Dollar. Am Freitag gab es in den USA einige Wirtschaftszahlen zum Arbeitsmarkt und die sind erfreulich ausgefallen. Daraufhin ist der Dollar gestiegen. Und ein steigender Dollar ist natürlich immer ein Signal für den Ölpreis, für den Goldpreis, dass es jetzt nun runter geht. Drittes Argument ist die Zurückhaltung der Investoren, der Finanzinvestoren. Wir sehen gerade am Terminmarkt deutlich Verkäufe von den Hedgefonds. Sie haben in der letzten Woche ihre Kontrakte um 11% reduziert auf 1,05 Millionen Kontrakte. Also das betrifft jetzt nicht nur Öl, sondern alle Rohstoffe. Das ist das niedrigste Niveau seit dem 10. Juli. Auch Gold ist diesbezüglich in Mitleidenschaft geraten. Die Long-Kontrakte sind auch abgesenkt worden auf 150.000. Das ist das niedrigste Niveau seit dem 4. September. Also diese drei Faktoren spielen da im Moment für den scharfen Rückgang des Goldpreises in der letzten Woche eine Rolle. Eigentlich ist das fundamental sonst nicht zu rechtfertigen, denn die ETFs, die Exchange Stated Funds, die haben ihre Bestände weiter aufgestockt. Die Notenbanken kaufen weiterhin. Die Versorgung mit Altgold ist nach wie vor schwach. Das ist also insgesamt ein reines Ereignis, was sich bei den Finanzadressen abspielt. Und ansonsten sind eigentlich die fundamentalen Lichter beim Gold eher auf weitere Anstiege gerichtet. Und deswegen sind wir im Frankfurter Börsenbrief auch nach wie vor long, wenngleich man natürlich sehr vorsichtig und sehr sorgsam beobachten muss, dass der Goldpreis nicht schneller gestoppt wurde. Auf dem Weg nach unten jetzt innerhalb von drei Handelszahlen knapp 50 Dollar verloren. Das ist ein bisschen happig und wir hätten damit gerechnet, dass hier mehr Auffanglimits im Markt liegen. Das muss natürlich dann genauer analysiert werden. Ein weiteres Ereignis, was gerade in den Niederlanden und in Europa besonders Beachtung findet, ist, dass die Europäische Kommission und hier insbesondere Wettbewerbskommissar Alumni sehr schwere Bedenken bezüglich einer Übernahme von UPS, die wollen die TNT übernehmen, geäußert hat. Und man rechnet damit, dass hier noch sehr harte Auflagen kommen werden, die das Geschäft möglicherweise ganz platzen lassen und deswegen die TNT-Aktie heute klar im Minus und natürlich auch die Aktie des Mutterkonzerns Post NL. Die sollen ja nach wie vor einen kleinen Minderheitsanteil behalten, aber es sieht im Moment eher danach aus, als ob dieser ganze Deal platzen würde. Kia Gen hat heute auch die Prognosen bestätigt und sogar gesagt, dass man bis 2013 auf dem Wachstumstrend bleiben wird. Macht sich insgesamt auch sehr gut. Ist natürlich eine Aktie, die in der jüngeren Vergangenheit mehr Volatilität aufweist als beispielsweise in den Jahren 2009-2010. Also insofern nur für etwas risikogeneigtere Anleger, wer ein etwas konservatives Investment sucht und da bin ich beim Tipp des Tages, er sollte auf die eingangs dargestellte Fuchs-Petrolog zurückgreifen. Sie kennen ja unsere optimistische Einschätzung aus unseren Briefen. Diesbezüglich hat sich auch schon sehr gut bezahlt gemacht, aber für unsere Begriffe ist dieser Anstieg noch lange nicht vorbei. Deshalb an dieser Stelle ausdrücklich nochmal Empfehlung für Fuchs-Petrolog. Mein Dank für Ihr Interesse am heutigen Videostrategie-Ticker. Morgen melde ich mich wieder. Bis dahin alles Gute, Ihr Bernhard Klinzing. 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 Vielen Dank.